Ich bin Diana Viataia 30 und habe vor zehn Jahren mit Roberto Stocco d'Angelo gegründet. Ich bin Roberto, ich bin der Mann von Diana. Ich bin 33 und bin sicher seit 15 Jahren auf dem Beruf. Leidenschaftlicher Coiffeur und Barbio. Wir haben damals nur mit dem Coiffeurbetrieb gestartet. Dazu sind dann alle Beautybehandlungen gekommen. Wir bieten jetzt eigentlich von Haar- bis zu Beautybehandlungen das Rundumpaket an. Ich arbeite seit 14 Jahren mit Coinen und bevor wir selbstständig geworden sind. Wir haben uns wieder für Coinen entschieden. Es ist innovativ, ein Familienunternehmen. Es ist modern und immer auf dem neuesten Stand. Wir sind sehr froh, dass wir ausgewählt worden sind für den Ambassador. Es ist eine grosse Unterstützung im Marketing, auch im Geschäft. Es ist eine Begleitung auf die weiteren Ziele, die man mit dem Geschäft hat. Es ist definitiv eine italienische Radiosender, weil es lebt sich hier wie am Strand. ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020